Willkommen zurück zu TechEd. Ich sollte wirklich den Nerv haben. Ich habe keine Ahnung, was wir das letzte Mal gemacht haben. Könnte damit zusammenhängen, dass die letzte Aufnahme einfach mal ewig her ist. Ungefähr... einen Monat, keine Ahnung. Ja, vielleicht befreie ich ihn. Weiß ich noch nicht, wenn er nett ist vielleicht. Nicht so wie ich dich kenne. Machst du auf und dann gehe ich raus und dann trete ich eben drauf und dann gibt dir einen Tee. Gute Idee. Was mache ich hier gerade? Ich schaue jetzt erst mal, ob das hier noch lebt. Das hat volle Energie? WTF geht hier los? Ach so, ich habe das noch ausgeschaltet, oder? Ja, das würde dann so einiges erklären. Ich erinnere mich an meinen furchtbaren Skin. Der ist nicht mehr aktuell. Ich weiß allerdings nicht, ob sich das lohnt. Äh, aus Scrap-Scrap-Box mache ich. Ich meine, ich könnte das machen, dass es automatisch geht. Aber ich weiß nicht. Fakkel für die Fakkel. Bei dieser Fakkel grabe ich mich jetzt in die Freiheit. Wirke... Du musst jetzt leider kurz rechnen. Wieso? 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 Warum geht das nicht? Ich habe irgendwas... Oh. Erstmal habe ich hier was komplett falsch gemacht. Deshalb geht das auch wahrscheinlich nicht. Ähm. Obwohl, ne warte, das kann sogar ich im Kopf rechnen. Oh, es ist Hammer. Es wird es Hammer. Geht das jetzt? Ja, es geht. Yay. Ich brauche da noch einen Eisenpip. Ähm. 45. 9x5 ist doch 45, oder? 9x5 ist 45, ja. Du hast dich beim Haus eingesperrt. Ich weiß. Also müsste 9x5... Ich dachte, ich war bei deinem Haus. Ja, aber dann bist du doch irgendwie gestorben und dann bist du da gespawnt oder so ähnlich. Ja, aber dann bist du doch irgendwie gestorben und dann bist du da gespawnt oder so ähnlich. Dann habe ich das mal gestorben. 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 Eigentlich wollte ich dich ja so in einem Tunnel nach unten machen, damit du stirbst und dann immer wieder respawnst und immer wieder stirbst, aber das wäre langweilig gewesen. Eigentlich nicht. Es wäre lustig gewesen. Warum habe ich das nicht gemacht? Es gibt mir Schraubenzieher. Du hast eines vergessen. Slash Spawn. Es war auch nicht beabsichtigt, dass du da nicht mehr rauskommst. Was hätte ich... Warte mal. Aber leider funktioniert das nicht, weil die Welt sich nicht wirklich lädt um mich auszuwärmen. Ah. Funktioniert. Funktioniert das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich muss wahrscheinlich disconnecten und wieder... Ja, muss dissen und connecten. So. Wie ist das jetzt? Nun geht das so langsam da rein, das komische Cobblestone. Cobblestone. Ich meine, hier ist so viel Cobblestone, aber der geht einfach nicht da rein. Also obwohl er immer direkt... Ne? Warum geht der nicht da rein? Wahrscheinlich weil der vordere... Ne. Eigentlich ist... Minecraft mobbt mich hier. Das gibt's nicht. Die stellen aber nur kein Scrap her, weil sie nicht schlecht sind. Okay, also warte. Mal kurz gucken. Ich habe einen goldenen Kriegshammer. Eine Scrapbox. Ich werde dich zerschmettern. Was macht die Scrapbox? Ich sehe dich. Ich werde dich zerschmettern. Hä? Mit der Scrapbox? Ach doch, mit der Scrapbox fiel sie schon. Ähm. Okay, mal anmachen. Ach, ich hasse es hier. Ich hasse mein Instagram! Ich hasse alles. Hinde Haar! Oh, das war jetzt aber fies. Du kannst doch nicht einfach Hinde Haar sagen. Markus Manager starten. Netzwerk. Ne, anscheinend gehts mit Scrubbox oder Intacted gar nicht. Ich habe einen Spat mit in Sekunden, alter. 130 MB. Dann hätte ich das auch gelöst. Das Frasier Was ist los? Hey, die Welt lädt sich Ja warte, ich befreie dich gleich mal Ich hole gleich mal Vining Turtles und lass dir dein gesamtes Haus abbauen Tu das nicht, ich brauch ein Haus noch Ha gut, dann versuch ich halt Yay, ich hab aus einer Scrapbox Gravel rausbekommen, total toll Richtig toll Im Prinzip habe ich jetzt wahrscheinlich einen Stack Cobblestone in ein Gravel umgewandelt Ich komm ja schon Ja Hallo Ach, welche Taste hab ich hier? Ja, okay, dann komm mal Hilfe, meine Schwester war da, deswegen Hilfe Nö, also Soweit zu dir kommen werde ich jetzt auch wieder nicht Ich folge einfach mal diesen Wo genau hab ich hier eingesperrt? Ach ja genau hier in deinem Haus Äh, also ein bisschen was wird vielleicht schon Ach, Faaaaaack Ne, warte ich Glaube ich ein bisschen Ne? So, du bist jetzt eigentlich frei Frechst du fürs Erste? Hallo Hallo Ja, hm, hm Der lädt ihn überhaupt nicht Nein, nicht Handel, Fragezeichen Der baut die Luft ab 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 Wascht da los? Ähm Okay Ich lass Tackett jetzt an und regle mich dann gleich mal richtig auf Bis die Welt geladen ist Wieso gleich? Wieso machst du das nicht jetzt schon? Ähm War das schon immer so? War das schon immer so? Äh Ne Irgendwas stimmt ja nicht Fällt glaube ich ein bisschen ein paar Saltkoppel Alter, das ist so abartig hier Weißt du was? Ich lass dir jetzt einfach so ein bisschen Obsidian in deinem Haus Dann ist es auch hypersicherer Ist glaub ich bei dir gar nicht so schlecht, oder? Ja Ne, das war jetzt auch Machst du grad irgendwas im intern? Ach scheiße, du hast mich überm Haus im Prinzip eingesperrt Unter mir ist Obsidian, ich komm mir nicht mehr raus Hä? Hä? Wo? Unter dir? Ja, du hast mich auf einer Treppe Du hast mich auf einer Treppe eingesperrt Was für eine Treppe? Ich weiß nicht mal wo du bist Hä? In meinem Haus Und da war eine Treppe nach oben Und da hast du alles hier mit Obsidian zugemacht Da war eine Treppe nach oben Und da oben war ich Nein, hier war doch keine Treppe Die Treppe Doch, ich war nicht da oben drin Hä? Nein, du warst doch hier unten Du bist hier gestanden Ja komm her, schau da rauf Ich war jetzt ganz plötzlich da oben Wo kommt das her? Ach stimmt, hier die Lagen Wird es wohl noch ver... Ja ok, warte Dann muss ich aber ein bisschen Basalt kaputt machen Ich hab nämlich keine Dia-Spitzhacke Deshalb kann ich das nicht abbauen So muss ich meine Turtle benutzen Und die kann das nur in... So... Halt... Bauf sie ab! Bauf sie ab! Bauf sie ab! Ist es nicht schlauer gewesen, das Ziel zu machen, wo auch... ... in der Wand ist? Kein Grund. Nee? Ach, dann lass ich dir das obszieren da. Ja, ich weiß gerade ja machen. Ich hab's da reingetan. Ach ja genau, da oben sind meine Kisten, ich war da schon mal. Warte, irgendwo hab ich noch meine Reitern, aber ich weiß nicht wo. Äh, 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 3M verwirrt. Ach fuck, jetzt muss ich hier wieder Volt holen, damit ich Leiter bauen kann. Hackett ist alles so einfach, wenn man Vita-Bee spielt. Damit ich da wieder rauf kann. Also, ich bin dafür, dass ich mir jetzt noch einen Overclocker baue. Warte mal, ich weiß... Ach warte, ich wollte dir Leiter bringen. Ich bin dafür, dass du dich einfach umbringst. Wäre natürlich auch ne Lösung, aber... Ähm... Oder ich kann dich ja auch umbringen, wenn dir das lieber ist. Ach nee, lass mal, muss nicht sein. Mach mir überhaupt nichts aus. Weiß ich ja sehr zu schätzen, aber das musst du nicht machen. Na? Ach doch, ich hab ne Xixhammer, ich mach das. Ich hab 13 Yu Yu Meta. Ich hab nicht mal ne Ahnung, was das ist. Aber davon reichlich. Ich schau jetzt mal was mit meinen Crops. Mach schnell los. Mach schnell los. Mach schnell los. Mach schnell los. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hauptsächlich sollte das abgebaut werden, damit ich da hin kann, aber egal. Du kannst nicht einfach mal rauskriegen. Ja, habe ich eigentlich auch schon so ne automatische Pumpkin Farm? So n Kind, der immer rumpumpt. Was soll das überhaupt sein, so n Pumpkin? Was soll man sich denn da vorstellen? Und warum mach ich denn mal alles kaputt? Explain. So. Ist da jetzt genug drin? Eigentlich nicht, aber egal. Ich kann das auch einfach schneller... Ach nee, warte. Das Problem ist, glaube ich... Ich mach das jetzt einfach mal schneller. Weiß nicht, ob das was bringt. Warum hab ich noch mal Diamanten gefarmt? Warum du Diamanten gefarmt hast, weiß ich auch nicht. Ist ein Mysterium für mich. Oh, es wird Nacht. Heißt, es wird dunkel? Warte mal, wie viel Energie braucht man das eigentlich? Ach so, warte, eigentlich muss ich hier hinten schauen. Schon ziemlich viel, dann lass ich das eigentlich erstmal aus. Bis da genug Scrap drin ist, sonst benutzt ich das eigentlich eh nicht. Ich brauch überhaupt keinen Diamantengrad. Es ist auch so, um die Turtle zu machen, aber... Boah, ich hab so lange gespielt, ich hab keine Ahnung mehr, was ich momentan alles brauch. Wahrscheinlich alles. Nicht so ein bisschen erinnern, hatte ich ja letzten Kapaz von Algen gar nichts. Äh, genau, ich brauch wieder Pistons, ich brauch wieder Unmengen an Pistons, 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 Pistons hab ich noch. Oh, 16 Pistons, wow! Ah, ich hab vergessen, was reinzutun. Ähm, ich brauch jede Menge Eisen. Äh, Eisen. Nachbar zu... Aber mit ne nem Eisen. Warte, ich wollt mir ja nen Overclocker bauen. Okay, da brauch ich auf jeden Fall. Ähm, ich brauch, äh... ...Tinn. Um genutzt zu sein, brauch ich Wasser-Tinn. Um genutzt zu sein, brauche ich Kühlzellen. Dazu muss ich das in den... Vielen Dank.